Hallo zusammen! Wie angekündigt möchte ich euch in einzelnen Videos die Fundorte der goldenen Ostereier 2019 und deren Inhalt zeigen. Und heute suchen wir das erste goldene Osterei, was sich in der Damaskusmine beim Moorland verbirgt. Bei mir war es jetzt hier direkt am Eingang, das kann aber so ein bisschen variieren, je nachdem von Account zu Account. Hier findet ihr ein kleines Geschenk für euer Pferd, denn in diesem goldenen Ei befinden sich zwei Möhrchen, die ihr eurem vierbeinigen Freund geben könnt. Das war's auch schon mit dem ersten goldenen Ei, mal schauen welches wir uns als nächstes vorknöpfen. Musik